liebe freunde hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von ultimate chicken horse mit dem sepp und dem bram und mir und wir spielen heute eine weitere custom map und zwar die windmühle da und wo starten wir denn? nice, hier hatten wir auch schon christian das ist richtig hier die säule spielte das alles nach damit er genau so geskillt ist das problem ist jetzt weiß ich schon nicht mehr wie es weitergeht oh nein ach da war das so ein bisschen, oh no! und jetzt? oh damals hatte ich die doch geschafft glaube ich ne? das ist ganz schön geil. NEIN! ooooh! ja viel spaß jetzt. oh, bram hat noch gar nicht gesehen wie man da hochkommt ja doch. schön! stimmt, bis da bin ich auch schon gewesen wo der gerade ist. wenn du mit den ganzen münzen durchkommst hast du automatisch gewonnen. genau. okay. ich war jetzt weiß ich wieder wie die geht. jaja. jetzt ist das gar nicht mehr, also wenn man es weiß geht es halt. okay. ah okay. dann musst du ja links noch vorbeispringen oder? ja du musst von links versuchen und dann kannst du irgendwo einfach ins ziel fallen. also du musst gar nicht mal so krass durch. ja komm weil es geht machen wir den noch mal hier noch ein bisschen länger. warte mal da ist ja für mich hier so ein Paket das sehe ich ja jetzt erst. ich muss einmal sterben. tut mir leid Leute. was für alle. plupp. opfere mich. wir hätten jetzt was gekriegt. ich nicht. ich auch nicht. ich auch nicht. oder muss man da durchkommen. ne eigentlich ist das direkt. ja hab nix bekommen. vielleicht brauchen wir was gekriegt. ne ich hab nix gekriegt. so der bremmi muss jetzt da links hoch. hui hat er geschafft. alles klar. oh nein. wo ist denn das ziel? ah da. da dreht sich der. hinter der tür. und eigentlich musst du nur da rechts unten hinfallen wo das sägeblatt rumkreiselt. wenn du da hinten fällst hast du schon gewonnen. ja wenn du jetzt durchrennst. was machst denn du? du musst einfach nur an dem blut vorbei laufen. entscheidet dich jetzt um nochmal zurück zu springen und. uiuiui. einfach wenn die tür offen ist nach rechts laufen. einfach und nicht in die kreissel gefallen. ja oder du kannst ins ziel laufen. das geht auch. tag geschafft. bram hat gewonnen. boah bram ey hier. ja eine kurze folge. hat das voll abgezockt. guck mal. money in the bank hier. so breit ist der bildschirm gar nicht. du bist ja ein ultimativen pferd. ja geil alter. ever nice. nächste map. set bram. ever geil. nächste map. hier war ja easy alter. ja jetzt haben wir keine mehr oder? haben wir noch eine? doch wir haben noch eine aber ich hoffe das ist jetzt nicht die gleiche die wir auch schon mal haben. panic at the disco doch. die haben wir schon mal gespielt oder? egal. dann haben unsere zuschauer uns genau die maps geschickt. die wir schon alle hatten. das ist gut. ja. oh ja. da sind wir nicht weit gekommen. oh ja. ach scheiße. da sind wir. da muss die sachen glaube ich oben links hin machen. ja in der nächsten folge werdet ihr dann neue karten sehen. die war super schwer. nein. ich bin schon kaputt. also bram links gegen die wand und dann genau da wo wir dran liegen gegen die wand und dann gegen den heuballen da rechts. bisschen runter rutschen. super schwer. super schwer. ja das kommt halt auf den absprungwinkel ganz am anfang schon an. ja den muss ich jetzt erstmal wieder finden. das ist richtig böse. ach der war noch schon damit. warte das kann ich nicht hier platzieren. alles cool. noch mal ein jambalaya finden ey. oh noch ein stückchen. ja ich glaube da wo du stehst ist richtig. also an dem pfosten. nein. oh. schade. aber das ist ja auch immer so schnell vorbei weil man halt einfach nur zwei sprünge macht. sauschnell alter. auch sauschwer halt ne. noch schwerer war. impossible. jetzt lass mich doch irgendwo drauf auf dem balken. oh nein. ja irgendwie sowas ey. oh dann ist der winkel viel zu hoch. wenn man so. keine ahnung. probieren wir das von einer anderen seite damit wir nicht mad werden. da 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 da. ja das war hier von rechts. ja von da. ja von da. oh nein. das war so knapp. yes. nein. oh. also du musst von weiter rechts springen. alles klar. okay. einsprung haben wir schon mal. einer hat einen sprung ja. ja und den muss ich erstmal rekonstruieren können. du hast ihn platziert. wieso hab ich da denn platziert. da müssen wir erstmal kommen. da hinten. dann ist da rechts. oh lol. na gut dann musst du erstmal kommen. da hast du rechts. das hat aber fast wieder geklappt. das war jetzt nicht absichtlich. wir sollten versuchen das ding da gerade weg zu machen. ich hab das gar nicht mitbekommen dass ich das platziert hab. ja ok komm. ich mach's wieder weg. nimm die bombe. jawohl. ja jetzt machen wir ja nichts anderes kaputt. warte. der heuballen. der muss da auch weg. man kann natürlich hingehen. ja fick mich doch. ach komm. das gibt es doch nicht. um das level überleichter zu machen meinst du? um links den teleporter zu nutzen. das ist das einzige. man könnte sich höchstens drauf einigen was wir letztes mal nicht getan haben. hüpfen übrigens auch. wenn wir es bis zum teleporter geschafft haben. dass du das weg machst. um dann sozusagen ein save point zu haben. ja das können wir machen. das ist okay. gut. wir sind bis jetzt nicht mal ansatzweise hingekommen. ja. rutschen. links. rechts. nein. oh. nein. wir sind gesprungen. ja. das ist nämlich. das ist voll böse. du hast ne ganz kleine sidewände da nur zum springen. weil ich instanspringen wenn du da dran kommst. ja. saugeil da. ach fick mich doch. ich mich auch. nein. erstmal nur einen schluck nehmen. Das ist ja. ich will das jetzt schaffen verdammt. ja. deshalb. das schlimmer ist. ich sehe schon wie das hat und der. nein. ich weiß nicht. nein. Alles weggeklappt ey, zack, peng, da war ja ein Knüllerchen ey, nein, ach komm ich war doch, ich war direkt an der Wand. Ja, ja, nein, nein, da hätten wir fast zumindest den Checkpoint gehabt. Der Checkpoint danach ist halt auch noch super schwer, find ich. Weil ich war ja schon mal bis da oben, aber dann von hier oben hier rüber bis zu dem zu kommen ist halt auch noch schwierig, weil du meistens auf dem Stacheldraht landest. Ja. Auch nochmal, mega assi. Nein, 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 nein. Ja, ich glaube Sartan Death ist das einzige, was wir hier noch gebrauchen können. Oh, Jungs ey. Mach schon mal den Eingang weg. Jetzt ist das viel leichter. Nein, nein, nein. Zu früh rübergezogen. Ja, Bram, jawohl. Nein, nein, nein. Warte hoch. Ich hatte Panik. Ich weiß. So, wenn man einmal an dem Punkt ist, denkt man so, oh, spreng, spreng. Okay, los geht's, die Jungs. Na, tot. Ach komm. Scheiße. Oh komm. Bleibt die Münze jetzt da vorne liegen? Ja, ist doch wurscht. Ich sehe nichts mehr. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nein. Komm, ey. Nein. Oh. Ich muss nur noch ein bisschen widerspüren. Lol, ja natürlich. Ach komm. Come on. Partypiepel. Nein. Oh, ich war fast dran. Ach komm. Oh. Ich muss eigentlich, wenn du da links an diese Wand kommst, direkt springen. Nice. Wenn du da dran kommst. Ja. Mal einen Sekunden noch. Sepp ist gut. Sepp ist gut. Nein. Nein, auch das. Nein. Ah, scheiße. Aber das war ein geiler Spurmodus. So gut. Ah, ah, ah. Und fürs nächste Mal suchen wir uns neue Karten raus für euch, ja? Ja, wir machen jetzt doch eine normale Web. Ja. Es wird der Wasserfall. No. Da werden Erinnerungen gemacht an die Karte. Jetzt werden wir zumindest mal fertig, ey. Ja, komm, ich nehme direkt die Münze. So, macht man das Level fertig, Freunde. Aber schaffen wir das überhaupt mit zwei Sachen? Ja. Du bist dir sicher? Ja, damit die Münze jetzt nicht ganz einfach ist. Das muss ich hier nach rechts springen. Wenn dann nicht so sicher, ob du soweit springen kannst. Was hast du denn? Pflüge! Füße! Das wäre gegangen. Hundertprozentig. Du kommst rechts, du kommst an die Kante ran und dann musst du halt wieder hoch rüpfen. Ich glaube schon, dass du soweit springen kannst, aber das werden wir jetzt inlaufen. Aber wenn du es nicht schaffst, kommst du halt da unten aus. Ich glaube, das geht. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Na, aber. Doch, es geht, es geht, es geht. Nein. Oh, er will die Münze. Oh, der kriegt die Münze. Bra, man ist abgezockt hier. Oh, oh. GZM. Solo und Münze. Das müssen wir direkt mal unterbinden. Kriebrich ist nicht so gut. Ja, haben wir das jetzt beide genommen? LOL. Jetzt gibt es zweimal? Die Münze ist jetzt weg. Ah ja. Was wird das denn? Wie willst du denn jetzt da rüberkommen? Ja, ich überlege gerade noch. Mal gucken. Ich schaff einfach den Sprung hier nicht. Der ist ja schon super schwer. Zu wenig. Du darfst jetzt ganz spät abspringen. LOL, du bist jetzt früher abgesprungen. Fuck. Was ist das denn? Aber dann hast du die scheiß Klinge da. Du bist jetzt auch früher abgesprungen. Wie geht denn das? Ja, irgendwie. So, wer Hilfe braucht, ne? Mach mal das denn hier, dass du... Oh. Nein, nicht auf den Kleber. Nein! Oh, der Eishockey-Schläger ist aber fies. Ui. Nein! Oh, ich war nicht... Oh, ich hatte zu wenig Schwung. Oh, schüttet. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Nee, nee, nee. Was? Ach komm. Der Bram ist einfach zu geiles Pferd, ey. Shit, da müssen wir was gegen tun. Da müssen wir was gegen tun. Was ist denn da jetzt? Bisschen schwerer hier. Oh, shit. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Oh, scheiße. Ach, der Kleber hat mich festgehalten. Fuck it. Wusste, wusste ich doch, dass ich Bram damit aus dem Konzept bringe. Oh, Dengel. Iß die Wand an, ey. Iß da twigglerlich. Das wäre doch viel zu einfach jetzt. Nein, nein, nein! Nein, Jett! Ach, der trifft mich ja da. No! 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 Der Bram hat zu null gewonnen! Nein! Ach, komm, leck mir doch die Koronnes, ey. Geil. Das ultimative Pferd hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm. Findet ihr mal so, wenn wir uns noch ein paar neue Custom Maps. Vielen Dank fürs Zuschauen und immer schön Hühnchen bleiben. Tschüss! Ciao! Wir sind diein oder andere Frage. Wir sind nur ein paar Mal. Wir sind da. Wir sind hier drei Jahre alt, und ich weiß nicht, wie wir uns da bist. Wir sind dabei zum Beispiel. Hier und الص. Tschüss.